Was geht ab? Schoko-Freunde! Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Skywars. Heute eine Challenge, die habe ich schon seit sechs Monaten oder so vor, aber ich habe es nie gemacht. Und zwar spielen wir Skywars, aber alle Texturen sind vertauscht. Dafür haben wir hier das Mismatch Texture Paint mit am Start und wir gucken uns das gleich mal in-game in einer Runde an. Falls hier mal Leute reinjoinen, irgendwie hat gerade keiner Lust auf Skywars, habe ich das Gefühl, zumindest nicht auf die Map hier. Und man sieht hier schon, meine Chessplate bzw. mein Slot sieht schon mal aus wie eine Enderperle. Warum auch immer das so ist. Ja, dann wollen wir mal sehen, wie das gleich in-game aussieht. Ich meine, hier haben wir schon mal, mein Kit ist einfach eine Erfahrungsflasche. Das ist ja eigentlich ein Diaschwert, das können wir uns schon mal merken. Und ich gehe in eine andere Runde. Ich muss jetzt leider einfach so eine Achterrunde nehmen, aber let's go. Ich nehme direkt mal alles aus den Kisten raus, weil ich weiß ja noch nicht, was was ist. Oh Gott, Junge, was ist das jetzt? Yo, die Diaschwerter sind jetzt Erfahrungsflaschen, Leute. Let's go! Oh Mann, als ob ich mich hier irgendwie jemals zurechtfinden werde. Ist Cobweb wirklich einfach Cobweb? Als ob, okay, das ist ja ein bisschen lame. Aber egal, das ist mein Diaschwert. Das ist ein Steinschwert. Das sind meine, okay, das sind Schuhe, die brauche ich nicht. Das ist Eisen. Guck mal, eine Chessplate haben wir sogar schon mal hier mit am Start. Dann, das ist eine bessere Chessplate. Äh, das sind ganz normale Hosen. Okay, manche Texturen sind anscheinend auch gleich und nicht vertauscht, Freunde. Ähm, oh Gott, das wird so lange dauern, hier alles zu finden. Ich habe, glaube ich, richtig schlechte Rüstung. Das sind normale Diamanten. Ist Holz auch Holz? Ja, okay, perfekt. Das heißt, ich kann mir ein Crafting-Table machen und mir eventuell einen Helm machen. Ja, einen Dia-Helm können wir uns jetzt ganz kurz machen. Mit dem Clay hier oder was das eigentlich ist. Ein Dia-Helm ist einfach ein Eisentürm. Alles klar, Freunde, kann man machen. Und ich würde sagen, wir bauen uns jetzt einfach mal in die Mitte. Oder, hm, baue ich mich irgendwo anders an? Sind die Dias, die ich farmen kann? Habe ich eine Pickaxe? Da, oder? Ne, das ist eine normale Axt. Äh, Pickaxe? Hallo? Ich brauche eine Pickaxe, aber was hiervon ist eine Pickaxe, Leute? Ich glaube, ich habe gar keine Pickaxe. Ich kann es nicht erkennen. Und da kommt auch schon ein Gegner zu mir, der verdammt gute Rüst... Okay, der hat irgendwas mit Knockback einfach gehabt. Vom, der hat ja auch gar nicht verdammt gute Rüstung. Oder doch, der hatte die Rüstung. Die sieht normal aus, so. Er hat gewonnen? Was? Wie waren die Letzten? Was war das denn für eine Runde? Hä? Die hat gerade angefangen. Nach zwei Sekunden war die vorbei und er hat gewonnen. Es wird so lange dauern, sich hier reinzufinden. Ich weiß immer noch nicht, was. Was ist hier, Leute? Vom, hier gibt es so viele Kisten. Vom, manche Texturen sind auch einfach gleich. Das ist dann einfach mal komplett verwirrend. Zum Beispiel, Lasse sind einfach immer noch Diaboots. Aber damit kann ich nichts anfangen. Das sind auch Schuhe. Die brauche ich nicht. Das ist ein Wassereimer. Okay, ich dachte, das wäre eine Chestplate jetzt einfach ganz normal. Lederhose haben wir. Lederschuhe brauche ich nicht. Goldhelm haben wir. Die brauche ich auch nicht. Dann haben wir eine Lederchestplate mit am Start. Guck mal, sogar ein Diahelm hier. Das dauert alles zehn Jahre hier, Leute. Tut mir leid. Eine Ironchestplate haben wir sogar. Guck mal, perfekt. Ziehen wir uns mal ein bisschen Glowstone Dust an, Freunde. Und dann, let's go. Oh, warte, ich habe sechs Dias. Davon könnte ich mir nichts machen. Perfekt. Einen Diahelm habe ich schon. Ich meine, das erkennt man ja eindeutig, dass das ein Diahelm ist. Und da kommt auch schon ein Gegner zu mir, der mich wahrscheinlich komplett zerstören wird. Was habe ich dann für Rüstung? Warte, ich habe schlechtere Rüstung als er, glaube ich. Aber vielleicht gewinne ich ja trotzdem den Fight. Ja, das war eine Enderperle. Junge, das sah doch nie im Leben aus. Er kickt mich jetzt auch wieder runter. Ich kann so nicht gewinnen. Okay, die Challenge wird einfach nochmal viel schwieriger als erwartet. Ein Goldapfel ist ein normaler Apfel. Das finde ich lustig. Ich brauche halt zehn Jahre, um alles auszusortieren, Freunde. Das ist so unglaublich, Mann. Okay, aber ich glaube, wir sind jetzt durch. Das hier ist eine Enderperle übrigens. Das hier. Das da. Wer soll das erkennen? Heiltrenke sehen übrigens normal aus. Das ist schon mal ganz gut. Die Dias erkenne ich auch inzwischen. Ja, die sehen so aus. Und jetzt haben wir eine gute Holztür als Hose, Freunde. Let's go. Nein! Das ist einfach schon ein Gegner. Ganz kurz wegperlen hier. Dann ganz kurz einen Goldapfel snacken. Und jetzt fighte ich den einfach YOLO-mäßig, auch wenn der mich wahrscheinlich killt. Der hat auch ein Diaschwert, wie man sieht. Ja, die riesige Erfahrungsflasche. Und der kommt und mich auch komplett weg. Hier habe ich das Gefühl. Junge, was hat der denn für eine Range, Junge? Seine Erfahrungsflasche hat die heftige Range der Welt. Ich glaube es nicht. Wieso ist der schon wieder hinter mir? Der hat nicht mal Leben verloren. Oh, boy. Nächster Fight. Moin. Komm schon, sei mein erster Kill. Bitte. Bitte. Ich brauche nur einen Kill. Komm schon. Stirb einfach. Er hat heilt reinget. Nein! Jetzt mischt sich hier noch jemand mit ein. Warte, ich kill dich. Bitte, 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 bitte. Oh, mein Gott. Okay, mein erster Kill, Leute. Da kommt schon. What? Er hat sich gesaved hier oder was? Wo kommst du her? Warte mal. Zack. Wie kriege ich den jetzt gekillt? Vor allem der von der Seite kommt er bestimmt auch gleich. Bam. Flieg runter. Und weg mit deinem Wasser. Okay. Ich muss irgendwie aussortieren jetzt hier. Das sind... Junge, wo kommt er denn schon wieder her? Wie saft er sich denn immer? Jetzt ist er einfach runtergelaufen. Hä? Wo kommen die alle her? Was passiert hier gerade? Ich verstehe das nicht. Aber ich habe noch einen Kill bekommen. Ich glaube, ich werde mit dieser Challenge nie im Leben eine Runde gewinnen. Ich werde sowas von wieder sterben. Leute, ich finde es auch lustig. Ich sortiere mal meine Items aus. Und derzeit sterben immer schon alle. Ja, also ich brauche wirklich zehn Jahre, bis ich hier irgendwie... Ah! Meine Items finde. Und dann... Alter, warum kommen mich dann auch alle so weg? Ich habe das Gefühl, deren Erfahrungsfläche... ...hat immer die heftigste Range. Was da... Oh mein Gott. Ah, zack. Heiltränke. Moin. Komm, flieg runter. Oh mein Gott. Okay, bitte sei einfach down. Ich will ganz gerne noch einen Kill haben. Bitte hab keine Enderperle. Save dich nicht. Komm schon. Jawohl, Leute. Noch ein Kill. Let's go. Zwei andere Spieler sogar nur noch. Vielleicht gewinnen wir ja sogar die Runde. War nur ein Joke. Wir gewinnen sowieso nicht. Ähm, aber ja. Warte, ich habe Iron Leggings. Ist ja auch so eine Iron Chestplate oder so. Das wäre halt richtig gut. Leute, wartet. In zehn Minuten habe ich geguckt, was in der Kiste drin ist. Okay, nur normal Iron, aber das reicht für eine Chestplate. Ähm, kleines Minecraft-Rezept. Eine Iron Chestplate macht man sich natürlich aus Trichtern. Und das sieht dann aus wie Glowstone Dust. Also das ist ganz normal, ganz normale Minecraft-Technik. Ja, ganz normales Minecraft-Wissen. Sollte man auf jeden Fall, ähm, ja, ein bisschen noch einen Dia-Helm schnell anziehen. Und da ist der letzte Gegner. Der hat nur ein Holzschwert, habe ich gerade gesehen. Dieses rote Ding jetzt ist ein Holzschwert. Das weiß ich schon mal. Aber der rasiert mich jetzt wahrscheinlich komplett. Ist auch Full-Dia-Rüstung. Ich natürlich leider nicht. Wobei, da ist der ganz gut. Oh, ich kann die da nicht in Lava setzen, ne? Aber ich kann auf jeden Fall schon mal ein paar Free-Hits geben. Warte, kann ich nicht so machen? Jawohl. Oh mein Gott. Komm, flieg runter, flieg runter. Er ist schon wieder am Cock-Web drin. Alter, wieso fliegt er denn nicht runter? Komm, verbrenn einfach. Verbrenn bitte. Komm. Nein. Bam, noch ein Hit. Komm, brenn wieder. Ah, ich habe mich selber angezündet. Wo ist mein... Da, Wassereimer. Ich habe den erst nicht erkannt, weil das eine blöde Ketten-Chessplate ist. Zack, er brennt wieder, Freunde. Ah, chill, 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 chill. Verbrenn einfach, verbrenn. Noch ein Hit. Ich bin halt fast down, ist das Problem. Er brennt wieder. Und meine Lava ist, glaube ich, weg, oder? Ich kann es nicht erkennen. Okay, er hat gewonnen. Er hat sogar noch Hälfte Leben. GG. Der hatte so viel bessere Rüstung auch als ich und alles. Ich erkenne einfach nie die Sachen hier. Aber immerhin schon mal zweiter Platz. Es ist halt schon traurig. Ich verbringe halt immer gefühlte fünf Minuten damit herauszufinden, was ich in meinem Inventar habe. Und wenn ich das dann herausgefunden habe, dann endet die Runde in zwei Minuten, weil ich dann einfach sterbe. Hauptsache, eine Dia-Chessplate sieht einfach aus wie ein Keks. Moin, was geht ab? Ich habe keinen Copweb. Und ich bin tot. Oh yeah. Oh nein, es ist schon ein Gegner bei mir. Junge, ich bin auch am Aussortieren. Chill, 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 chill. Ich habe gerade genug Dia's bekommen, um mir noch einen besseren Helm zu machen. Du darfst mich hier aber nicht runterkicken, weil ich habe mal wieder keinen Copweb. Das würde ich nämlich noch erkennen, weil es hat ja die gleiche Textur. Nein, nicht runterkicken. Da fliegt du runter oder so. Komm schon. Oh, er hat natürlich Copweb. Okay, warte mal. Zack, Dia-Helm. So, Dia-Helm anziehen. Perfekt. Und irgendwas essen. Habe ich was zu essen? Ist das hier... Das ist sogar wirklich Steak. Das ist heftig. Hätte ich nicht gedacht. Jetzt ist die Frage, komme ich irgendwie raus? Oh, er kommt hier einfach rein. Okay, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein! Oh, da kommt sogar noch jemand. Ich weiß schon, warum ich mich so lange vor der Challenge gedrückt habe. Och nee, jetzt ist schon jemand bei mir und der setzt mich in Lava. Ich brauche wirklich zehn Jahre zum Aussortieren. Und wenn ich gerade fertig bin mit Aussortieren, bin ich schon tot. Es kommt einfach schon jemand zu mir. Ich klicke einfach überall drauf und hoffe, dass ich jetzt alles anhabe. Let's go. Aber ich habe anscheinend richtig schlechte Sachen an, weil der killt mich schon wieder. Ich verzweifle gleich. Es ist schon wieder jemand bei mir. Ich kann wirklich einfach nur hier gerade rumklicken. Okay, wie lange ist noch Schutzzeit? Ich habe noch keine Hose. Ist irgendwo Hose, Hose, Hose. Okay, wir haben eine Hose an. Aber Heiltrank. Oh mein Gott. Was ist das hier? Chain Chestplate. Ah, ich habe eine Dia-Chessplate. Heftig. Ist schon Schutzzeit vorbei. Drei Sekunden. Okay. Leute, let's go. Oh mein Gott. Okay, let's go, let's go, let's go. Ich weiß nicht, ob ich besseren... Ah, nee, ich sehe es ja. Oh Gott, ich habe nur eine Leder-Chessplate an. Ah, von der Seite kommt auch jemand. Ja, fightet ihr mal. Okay, komm, ich fight gegen ihn hier. Bam. Der wird mich wahrscheinlich killen. Wobei, der hat nur ein Steinschwert. Das sehe ich an seinem Fleisch, das er da gerade nutzt. Aber der hat auch ein Holzschwert, ein besseres eigentlich. Wieso nutzt er das nicht? Habe ich doch gerade gesehen, als er durchgestrollt ist. Aber egal, wir haben ihn bekommen. Die Frage ist, was hiervon war jetzt die Dia-Rüstung? Ich klicke einfach wieder, bis ich zufällig die Dia-Rüstung finde. Okay, ich klicke einfach überall drauf. Goldener Helm, Dia-Boots, brauche ich nicht. Ähm, wo ist die... Hallo, hat der nicht? Ah, nee, warte. Alles richtig, alles richtig. Ich muss eigentlich nur noch irgendwo jetzt einen Eisenhelm haben. Ich weiß nur nicht, wo. Da. Okay, 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 okay. Wir sind ganz okay equipped. Ich sortiere jetzt auch gar nicht weiter aus, sondern ich fight jetzt einfach nur noch. Komm, wir gehen auf ihn hier. Aber der ist... Okay, der ist full Dia. Der will mich wahrscheinlich zerstören jetzt. Der hat auch ein Dia-Schwert. Er hat mich schon angezündet. Äh, und irgendjemand anderes greift mich auch noch an. Hier kriege ich... Ach ja, ich kriege ja gar keinen Feuerschaden. Ich habe gerade einen Trank der Feuerresistenz getrunken. Ich lösche dich trotzdem mal ganz kurz. Moin, was geht ab? Ich bin fast down. Hast du vielleicht Bock, einfach runterzufallen? Das wäre natürlich super. Was ist denn der Keks hier? Eine Dia-Chessplate, aber die habe ich schon an. Äh, oh Gott, die fighten da. Habe ich einen Lava-Eimer oder so? Nee, habe ich ein Feuerzeug zufällig? Flint and Steel. Komm bitte nicht hier rüber. Oh, der kommt natürlich. Mann, ich war gerade am aussortieren. Ich muss wissen, ob ich einen... Nein, da kommt noch jemand. Ja, fightet ihr beiden. Okay, ich bin wieder weg. Tschüss. Habe ich ein Feuerzeug irgendwo? Flint and Steel. Da, Feuerzeug. Ähm, das packen wir hier hin. Jetzt fighten wir gegen ihn hier einfach, würde ich sagen, oder? Der darf mich nur nicht runterkicken. Er hat eine Angel. Komm, wir gehen einfach auf ihn hier. Bam. Kleine Kombo. Dann ein Feuerzeug. Jetzt brennt er schon mal. Okay, er hat sich instant wieder gelöscht. Bitte flieg runter. Komm schon. Komm schon. Nein, als ob er noch lebt. Zack. Oh, der hat auch noch eine Enderperle, Junge. Was hat der denn alles? Leute, er rennt hier richtig heftig weg auf jeden Fall. Und snackt sich jetzt gerade auch noch einen Goldapfel. Kriegt er den durch? Ah, er kriegt den gerade nicht durch. Aber jetzt hat er ihn, glaube ich, durchbekommen, leider. Und rennt wieder weg. Okay, ich muss auch mal ganz kurz was essen. Und hier habe ich jetzt wieder Pech, dass er mich halt eventuell runterkicken könnte, ne? Äh, okay, er passt gerade nicht auf. So, nur nicht runterfliegen. Zack. Aber wahrscheinlich hat er jetzt schon wieder ultra viel HP. Nochmal Feuerzeug. Boah, da ist er ganz... Ja, noch einen Goldapfel, oder was? Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Junge, ich komme einfach gar nicht mit diesem Tech-Share-Pack klar. War eine lustige Challenge, aber ich glaube, ich habe komplett verkackt. Ich meine, wir haben auf jeden Fall ein paar Kills gemacht. Einmal war ich auch zweiter Platz. Das Aussortieren hat halt immer zehn Jahre gedauert. Also ich habe jetzt eine halbe Stunde aufgenommen ungefähr. Und es fühlt sich an, als hätte ich, weiß ich nicht, fünf Minuten gespielt. Und ansonsten immer nur aussortiert. Aber naja, Freunde, ich würde sagen, danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Challenge fandet. Wir können die natürlich auch nochmal machen in Bad Wars. Wobei, ich glaube, da macht das nicht so einen Unterschied. Vielleicht einfach nochmal in Sky Wars auch theoretisch. Ähm, gucken wir einfach mal, Freunde. Vielleicht mache ich die mit jemandem zusammen, dass wir zusammen verzweifeln. Keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Aber naja, gewinnen werde ich mit der Challenge wahrscheinlich sowieso nie. Freunde, wir sehen uns morgen um 16 Uhr bei einem weiteren Video wieder. Ciao.